Peace Leute, was geht ab? Ich jetzt mal Arvin, Skalvin und Leute, Fortnite, es gibt neue Skins, Rex einmal hier, den haben wir uns gut besorgt und den neuen Creatorschläger, Erntewerkzeug, richtig witzig alter, plus den neuen Tanz hatten wir auch schon geholt, hier nochmal, okay und ja, jetzt geht's los im Duo, let go, let go. Einer ist hier, ist mit meinem Schatz, wie immer. Ist hier jemand? Wir sind abgezischt. Ich hab auch einen. Ich glaub wir sind in das kleine gejaxed. Wir sind auf dem Dach oder bist du auf dem Dach? Ich bin jetzt auf dem Dach. Hier ist einer. Junge! Einen hab ich. Einer kommt raus von dem Dach oben. Ah, da ist das hier. Ja, das ist hier im Dach oben. Da wird keine Waffe. Da hab ich. Kommt jemand da? Hast du eine Pumpe noch? Nein, ne, nur eine M4. Komm, Baumhaus oder so weiter. Da sind auch Wölzen. Also, ist offen. Ich nehm keine Ahnung. Ich hör ja nix mehr. Nein, nein, nein. Familienhaus ist offen. Doch, Server ist hier unten. Auf die Straße, die kommen raus. Einer down. Einer ist vorne. Ja, die kommen davon. Ja. Da haben sie raus. Hier, roter Haus ist zugebaut. Wollen die das? Ich hör mal kurz. Ey, ich hab da was gehört. Doch, 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 ich sind noch hier drin. Alles klar. Wo, wir sind draußen? Der baut hier auch. Das war nicht. Einen Bobby hab ich. Nice, perfekt. Leiderich tot, das war der einzigste. Ne, hier, ich hab den anderen. Hast du mal Ben oder so? Ja. Komm. Äh, ja. Dann verbinde ich, ich hab ne Schild dran. Mhm. Die Zone ist oben ein bisschen. Aber wir sind nicht drin. So. Happy to turnen. Kurz Danke checken. Hier ist noch ein Schatz. Jungen. Ok. Mal das geht's. ok war noch keiner und die war ich noch nicht hier kommt jemand, wir wollen welche kommen die sind auf dem Dach also wir kommen auf der ersten Etage hier draußen hier draußen ich hab doch mal hier einen hab ich ja, denn ist mir viel Leben boah mit einem Leben oder so ja ich hab auch ein Leben oh mein Gott hast du was zu verbinden? ja klar, aber nur einen scheiß ja, besser ist nix ok, geh mal raus irgendwas suchen oder so ja wahrscheinlich gut genug hab doch hier sind wir vielleicht verwendet nach schlürfen warte was ist das so hast du noch wölfe? perfekt das war's war es unten schon am lieben? ja, da war es schon äh, Industrie wo ist das jetzt noch hier? Turret oder Industrie? ok komm, gucken wir mal hier mal Industrie bitte hm, wer sind denn hier in der Grenzzone? da oben war noch Loot ich glaub hier war noch keiner ja, da sind welche in der Kleinhütte warte, komm links nehmen wir den Container ok wo wo? ah, da ist sie ein bisschen getroffen den linken vielleicht der Eimer getroffen den Beideschild Headshot die Rennung wir leben ein Schuss nice die Rechte ist bei den Containern bisschen Druck machen nice aber die, die ist immer noch glaube ich weil ja, ja, ja die hat sich jetzt gezeigt versuch ja, aber da, 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 da da oben am Baum gerade keine Position mehr ist sie abgehauen? dann gehe ich hinterm Baum ok, ja, hab gesehen ganz kurz auf diese Menge hier so wie kommt ok grüß sie genau hier ein Schott gedrückt das ist ein Nu der war gut geschluckt ok, die Zone ist angekommen ich hab einen Schläfer für dich direkt da muss ich mal weg von hier so wie viele Munition hast du? 113 113 hammer sehr bitte was ist wichtig? kriptisch danke dir ok wir gehen jetzt links rum am besten da fangen wir auf diese das die scheiße da das waren die wahrscheinlich hier ne ok er wusste ohne zielte loot leider ok 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 hm ok war es auch uns? ne 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 war weiter weg gut ist genau rechts vom Berg hier sollen wir noch weiter leider das noch ein bisschen weiter links weil sonst die sind am vorteil die sind höher sonst ohja die jumpen da auch genau parallel zu uns genau parallel zu uns hm na 8 kills sind es genau oh ne gar nicht ist nicht aktuell achso reicht es irgendwo und enttiltet rein sneaken oder nicht? das hier ist der fluss ja das ding drauf ist auch stabil ok jetzt sind wir gleich lass auf den Berg hier komm ja ok fisch fisch ist richtig gut hier sind wir noch in der zone perfekt da 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 steht einer siehst du den? ja fisch 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 ja fisch 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 oh was ist denn mit dem los? ein Headshot gedrückt boah kaum mehr leben keine sniper aber nur noch 16 schuss das ist läppig egal wir warten ob die zone alles bedeckt erstmal ja so entzündet sind glaube ich auch noch Leute ja auf ritterburg wir machen auch schon Auge hin check oder ist das ein baum kann auch ok 16 schuss das läppig das läppig wieviel schuss hast du? nur 13 ok kritisch naja guck mal wo die zone hingeht und sie geht oben lootlad alles klar oh nice hast du eine sniper oder so? leider nicht keine sniper gestatten das muss wie das mach ich du tanzt oh ja der wartet der wartet auf die zone oh die zone ist voll weit weg wir könnten hier runter links runter guckt er grad warte ich versuch den mit der AK ok es sind zwei komm wir gehen hier links jetzt runter gar keinen bock auf die Lampen wir brauchen nicht mehr so viel ressourcen leider aber egal wir müssen jetzt richtig sneaky machen aber die können uns hier dick sehen wir gehen jetzt hoch jetzt ja noch schlangen muss hier damit die nicht ok nice keine ahnung ob die uns gesehen haben oder nicht wir müssen es beeilen bisschen da oben fliegen welche die haben Jump App benutzt oh mhm direkt hochbauen hinter die ja ok von da oben bauen die ok so einfach hinterher jetzt die wiese da lang vielleicht können wir die von hinten holen dann haben wir money und so wieviel money hast du? ich hab nur noch 4 Schuss 30 und ähm so eine mini Waffe noch am Start perfekt die einen haben wir im Gang jetzt sind die noch unsere Feinde wir kommen und rücken das ist eigentlich wir müssen auf den Überraschungsmoment warten da oben sind die mit Pumpe stürmen wir die jetzt ok würde ich sagen das liegt gleichzeitig ja hier ist Loot wo sind die? hier ist der irgendwo pass auf der ist da drunter der hat es hier eingebaut nice der hat mich leider getroffen jetzt komm hier rein dann baut zu direkt komm 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 baut zu die Zone kommt helf mich schnell ja Medici genau ja wir müssen aber noch ein bisschen in die Zone hier ist Granatwerfer alles goldene Sniper hab ich gesehen Junge gut ich nehme einen Granatwerfer mit einen Medi nimm ich mit mach das hier auf ja so goldene Sniper Lila Pumpe Verbände mitnehmen ich hab Medi ich hab 15 Verbände ich hab 15 Verbände ich hab 15 Verbände hier ist auch noch Loot hier ist auch noch Medi und so aber da ist einer im See jump da rum hast du noch ist hier noch eine Ska? ne ne leider nicht ok nimm das Medi oder ich kann das nehmen ja doch ich kann das nehmen ich kann das nehmen das kannst du das ist noch ein Schatz los lesen genau hier nice Perfekt oder hier vorne ist die Zone direkt direkt da rein steppen ich glaub da ist so ein Haus sogar hier ist eine Base da sind welche drin ich stürme die jetzt von hier bist du ready? ok mit Pumpe gleicher gleicher genau unter uns jetzt die war alleine die war alleine? naja auf sein die hat ja gar nichts gecheckt perfekt ich hab mich auch angeknackst sollte mal gönnen sehr gut hat blauer M4 hast du schon? ja das hab schon blauer AK ist auch nice die holen wir die holen wir die Runde ja genau noch sieben Spieler ab in die Zone auf diesen Berg hier oh bau mal den Baum ab komm mir der Berg ist noch leicht drauf wir gehen jetzt hier hoch hast du Ressourcen genug? kannst du hoch bauen? ja alles klar 800 Euro boah oder gib mal Hälfte nice perfekt 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 so 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 ein loot job für uns lecker schmecker zum frühstück ja falls jetzt nicht gefällt ich werde auf das aus nach hause ja baum nicht da rum da sind auch welche da haben welche eine base gebaut gegenüber genau warte jetzt erst mal Material mhm ja schön bam perfekt perfekt und das alles perfekt kommt schon epige 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 und ne sniper gold kannst du gönnen wenn du willst hast du noch was gedacht? ja mini das lege ich dir vorweg verwende aber jetzt bei mini es passt schon oh 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 warte ja zeigen sich doch nicht mehr da in der base hast du die automatik oder? ne halt äh ne repetiert also die einmal schießt wo sind die nachladen? ich steckst grad auch nicht so ganz ich glaub in der base nicht mehr ne? wie viel Schuss hast du? 816 kannst du mir Hälfte geben? klar ja perfekt jetzt haben wir gehauen so 500 Schuss ich weiß es nicht alter hinter dem Berg ah da 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 C C1 eingetroffen oh 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 so einer down einer down perfekt schieß weiter oder nicht zu viel ja doch doch ja einmal getroffen perfekt perfekt da unten pass auf rpgs kommen wo 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 unten hier unten ja ja genau auf baller baller nicht so offen in der Hütte eigentlich ja 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 Schild komm weiter weiter Schild abbezogen die machen die jetzt komplett nackt das sind die letzten war die trotzdem nochmal ja oh da hinten sind auch noch welche treppen treppen easy aber die sind in der zone ist das ding ich schieße lpg oh der baum war im weg nein kurz beiseite einen hab ich einen hab ich einer liegt im see drin wo ist die andere wo ist die andere wo ist die andere ich glaub da ne einer liegt da am see hier in den minis wir müssen gleich los von worte geschossen habe nicht gesehen wir müssen los geht jetzt eier ganz ganz klar schießt weiter runter das war den neuen dance dazu konnte nicht mehr tanzen leute nächste runde wie viel zu 67 stabile runde leute gibt man einen fetten daumen hoch für die runde mit den krokos ihr wisst bescheid und ja leute ansonsten ja wie gesagt geben daumen hoch und bis zur nächsten folge